Hallo, im heutigen Video geht es darum, Videos, die Sie mit VirtualDub bearbeitet haben. Im H-264 Format auszugeben. Fuck. Willkommen im Hi5 Channel, willkommen in der Vergangenheit. In diesem Video zeige ich Ihnen einen YouTube Bug, der die Welt grundlegend verändern könnte. Dieser YouTube Bug führt uns alle zurück ins Jahr 2008, wo wir uns erstmals bei YouTube eingeloggt haben. Ich gehe hier auf den Namen meines Kanals, wechsel zu meinem Kanal und nun, was muss ich feststellen? Meine neueste Aktivität, wo haben wir sie hier, hat im Jahr 2008 stattgefunden. Das heißt dann wohl, dass wir heute wieder zurück im Jahr 2008 sind. Was nichts anderes bedeuten kann, als dass der enorme Traffic auf YouTube eine Zeitleiste aufgebrochen hat. Eine Zeitleiste... Was ich sagen will ist, schon wieder so ein verfickter Bug. Heute ist nicht der 9.07.2008. Jetzt reicht's aber hier. Verdammt! Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Hi5!